Was haben wir? Habt ihr gerade verstanden, was wir gerade vorgelesen haben? Abu Bakr, Omar, ist das Khalifa, der Stellvertreter des Propheten, Stellvertreter von Gott auf Erden. Und er schlägt die trauernde Schwester des gerade soeben verstorbenen Khalifen. Er zieht sie raus, gegen ihren Willen und verprügelt sie auf mitten in der Straße, mit seinem Knüppel, mit seinem Stock. Jetzt denke ich mir, da ging es nur ums Weinen. Wenn Omar jemand ist, der eine Frau und dann noch die Schwester des Khalifen verprügelt auf offener Straße, weil sie geweint hat, ist es dann so unwahrscheinlich, dass er die Tochter des Propheten schlägt, weil sie ihm politisch in dem Weg steht? Was ist wichtiger, Politik oder Weinen? Er verprügelt die Schwester von Abu Bakr, weil sie geheult hat, zu Recht, weil ihr Bruder ist gestorben. Denkt ihr, es ist so abwegig, dass dieser Mann eine andere Frau, nämlich die Tochter des Propheten, verprügelt, wenn sie ihm politisch in dem Weg steht und sagt, ich schwöre dir nicht den Treueid? Das ist doch eine viel größere Sache. Das heißt wieder, Puzzle zusammensetzen, es ist zu 100% wahrscheinlich, dass dieses eigene stattgefunden hat. Ich beginne im Namen Allahs, dem Allmächtigen und Barmherzigen, der das gesamte Universum in aller höchster Schönheit und Präzision erschaffen hat. Möge es in Frieden und Segen herabkommen auf das Beste seiner Geschöpfe, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Und genauso auf seine reine und makellose Familie, die Ahlulbayt und vor allem auf unseren erwarteten Retter der Zeit, Imam al-Mahdi, adjallahu alaihi wa ta'ala farajah. Möge er seine Wiederkunft beschleunigen und uns zu seinen rechtschaffenden und ergebenen Dienern machen. Es geht weiter im Teil 2 dieser spannenden Vortragsreihe, dieser geschichtlichen Vortragsreihe. Wir haben letzte Woche über das Ereignis von Sarifa geredet, was genau passiert ist, was nach dem Tod des Propheten passiert ist, wenige Stunden danach. Und heute geht diese Geschichte nahtlos weiter. Bevor ich damit aber anfange, möchte ich erstmal wieder so ein Vorwort haben. Und zwar, wir reden hier über Überlieferungen. Ich habe letztes Mal sehr viele Überlieferungen aus sonnitischen Quellen gebracht. Heute werden es noch mehr sein. Es gibt im Grunde genommen zwei Arten von Überlieferungen. Es gibt die einen Überlieferungen, die richten sich, bei denen geht es um Fir. Um was ist erlaubt im Islam, was ist verboten, was kann ich essen, was kann ich trinken, was ist... Das nennt man Fir, okay? Bei dieser Art von Überlieferungen muss man ganz genau wissen, ist die Überlieferung zu 100% authentisch oder nicht? Ist sie kompatibel mit anderen, beißt sie sich oder nicht? Das heißt, da muss genau exakt gesehen werden. Und wenn man sieht, dass die Überlieferung schwammig ist, wird sie nicht angenommen. Weil es ist zu wichtig zu wissen, was es erlaubt, was es nicht erlaubt. Das kann man nicht einfach so dem Zufall überlassen. Das ist bei Überlieferungen, die sich auf Fir beziehen. Die andere Kategorie an Überlieferungen sind Überlieferungen, die sich auf geschichtliche Events beziehen. Und ihr müsst euch vorstellen, Geschichte ist wie ein Puzzle. Geschichte ist ein Sammelsurium aus Ereignissen, die von dem, von dem, von dem überliefert wurden. Und die muss man zusammensetzen wie ein Detektiv. Das heißt, ich kann nicht sagen, aha, diese eine Überlieferung über dieses Ereignis ist fake, also ist das ganze Ereignis fake. Das kann man nicht machen. Stellt euch mal vor, ihr kennt in solchen Filmen, wenn zum Beispiel jemand getötet wird, irgendein Krimi oder sowas, und dann seht ihr auch, der Detektiv tut die ganzen, der hat diesen Finger abgedrückt und dann setzen sie die Kreuze zusammen und die Linien und dann ergibt das ganze Puzzle einen Sinn. So muss man Geschichte behandeln. Das heißt, ein Historiker, der zum Beispiel irgendeinen Fall analysiert, das Chinesische Reich, irgendwas, ja, der guckt sich die Überlieferungen von verschiedensten Überlieferungen an, von verschiedensten Geschichtsschreibern und jedes variiert natürlich ein bisschen mit dem, was der andere gesagt hat. Das Ereignis von Radil beispielsweise wurde von 110 verschiedenen Überlieferern überliefert, 110 verschiedene Ketten, aber jedes variiert so ein bisschen. Aber keiner kann leugnen, dass dieses Ereignis tatsächlich stattgefunden hat. So behandelt man geschichtliche Sachen. Das heißt, wir als Leute, die jetzt diesen ganzen Fall, die islamische Frühgeschichte verstehen wollen, müssen Detektivarbeit leisten. Das heißt, man schaut sich die verschiedensten Quellen an und sieht, okay, natürlich, die unterscheiden sich, aber erzählen sie grob von derselben Sache oder erzählen die komplett was anderes? Das heißt, ein Geschichtsschreiber, ein Historiker, der sich den Islam anschauen würde, würde sagen, okay, ich möchte gucken, was früher im Islam passiert ist. Der würde nicht sagen, ich nehme nur sunnitische Quellen oder ich nehme nur schiitische Quellen. Der würde sich alle Quellen angucken und würde sehen, ah, okay, da gibt es Überschneidungen, das erzählen beide, so lala, ein bisschen anders, aber das Ereignis wird von beiden erzählt, es muss irgendwo stattgefunden haben. Aber, was habe ich letzte Woche gesagt? Wir wollen ja hier ein Argument liefern. Wir wollen sagen, dass die sunnitische Geschichtsschreibung voller falscher Überlieferungen ist, dass sehr viel in der Geschichte umgeschrieben wurde und deswegen beschränken wir uns in dieser ganzen Analyse dieses Falles ausschließlich auf sunnitische Quellen. Die werde ich euch alle im Video dann auch einblenden, wie auch letzte Woche. Und wenn ich aus schiitischen Quellen zitiere, dann werde ich es vorher genau sagen. Das heißt, kein Geschichtsschreiber würde das machen, was ich jetzt machen würde. Kein Historiker würde das machen und sagen, ich tue einen Riesenbatzen an Quellen in die Tonne schmeißen und mich nur auf eine Quellenrichtung beziehen. Das machen wir trotzdem, weil wir zeigen wollen, du kannst dieses ganze Szenario beweisen, nur auch wenn du aus einsichtiger Seite das Ganze berichtest. Das heißt, wir müssen Detektivarbeit leisten. Und ich sage auch immer, kann das die Gegenseite auch? Können die sunnitischen Historiker aus schiitischen Quellen beweisen, dass der erste, zweite Kalife rechtmäßig waren? Dass Imam Ali zu Unrecht dies und jenes gemacht hat? Können sie leider nicht. So viel nun mal zum Vorwort. Jetzt sagen natürlich viele, und ich weiß, es werden auch viele in den nächsten Wochen sagen, ach, das sorgt doch für Spannung, das sorgt doch für Spaltung. Warum muss man, in Anführungsstrichen, diesen ganzen Mist immer aufwühlen? Das sorgt doch für Stress. Das zerstört die Harmonie. Erstes Mal, das habe ich letzte Woche gesagt, Geschichte juckt es nicht, wie du dich dabei fühlst. Geschichte ist ein sachliches, trockenes Thema. Es interessiert sich nicht, wie du dich emotional hingezogen fühlst oder nicht. Ja? Das zum Ersten. Zweitens, der Koran macht genau das Gleiche. Gott macht genau das Gleiche. Was meine ich damit? Nämlich, wenn Gott, Allah, im Koran über die Fehler und die Sünden der vergangenen Nationen redet, beispielsweise der Juden. Als der Prophet unter den Juden in Medina gelebt hat, schickt Gott ein Vers nach dem anderen, wo er die Juden kritisiert. Wo er sagt, ihr habt das goldene Kalb angebetet, ihr habt das gemacht, ihr habt Propheten getötet, etc. Jetzt kann man sagen, warum? Das ist doch 2000 Jahre vor dem Propheten. Warum tut Gott 2000 Jahre alte Geschichten dem Propheten erzählen, während er umzingelt ist von Juden? Das sorgt doch für Spaltung. Warum macht Gott sowas? Ganz einfach, weil die Juden sich nicht distanziert haben von dem, was die damals gemacht haben, vor 2000 Jahren. Die Juden, zur Zeit des Propheten, hatten sich an keiner Stelle distanziert von den Gräueltaten, die ihre Vorfahren 2000 Jahre vorher gemacht haben. Deswegen erwähnt Gott diese Sachen im Koran. Obwohl der Prophet mitten in ihnen lebt. Ja? Also wenn Leute sagen, ach, solche Vorträge sorgen für Fitna, sagt Indre, Gott hätte auch Fitna gemacht, als er den Propheten solche harten Verse gegeben hat, während er unter Juden lebt. Das heißt, wir müssen unsere Geschichte aufmachen und es ist doch kein Problem. Es ist nicht verboten. Ja? Wir müssen wissen, was passiert ist. Und die erste Quelle, die ich euch sagen will, ist aus Sahih Bukhari. Mit Abstand das wichtigste Wert aus der sunnitischen Rechtsschule. Da sagt der Prophet, ihr, also mein Volk, ihr werdet die Wege und den Pfad der vorherigen Nationen eins zu eins, also quasi Spanne für Spanne, also Zentimeter für Zentimeter befolgen. Ihr werdet die gleichen Fehler machen. Dass selbst, wenn die damals in ein Loch von einer Eidechse gegangen wären, ihr exakt das gleiche gemacht hättet. Und dann sagen die Gefährten, oh Prophet, wen meinst du denn etwa die Juden und die Christen? Und er sagt, ja, wer denn sonst? Das heißt, ihr werdet exakt die gleichen Fehler begehen wie eure Vorfahren, die Juden und die Christen. Das heißt, der Prophet gibt dir schon ein Indiz in Sahih Bukhari. Okay, es wird nach mir Zwiespalt geben. Ihr werdet genau die gleichen Sachen machen wie die Menschen davor. Eine weitere Quelle in Bukhari. Da sagt der Prophet, am Tag der Auferstehung wird eine Gruppe von Gefährten zu mir kommen, aber von der Quelle vertrieben werden. Also von dieser Housal Kousar, wo der Prophet am Tag der Auferstehung sein wird. Sie werden vertrieben werden vom Prophet. Und ich werde sagen, oh Allah, das sind meine Gefährten. Es wird gesagt werden, du weißt nicht, was sie nach deinem Tod neu erfunden haben. Sie wurden Abtrünnige. Okay, das finde ich spannend. Wie gesagt, setz das Puzzle zusammen. Ich bin jetzt ein Detektiv. Das heißt, ich kriege schon eine Vorwarnung in Sahih Bukhari. Nach den Propheten werden es Abtrünnige geben. Weitere Quelle in Sahih Bukhari. Da heißt es, ist im Endeffekt die gleiche Überlieferung, aber da wird noch ein Zusatz dazu gegeben. Die Menschen kehrten sich nach dem Tod des Propheten auf ihren Fersen um. Und das ist eine sehr schöne Line. Warum? Weil exakt die gleiche Line auch im Koran verwendet wird. Nämlich in Sure 3, Vers 144. Da heißt es, wenn der Prophet stirbt oder getötet wird, kehrt ihr euch dann auf euren Fersen um. Ja, genau wie die Menschen zur Zeit von Moses sich auf ihren Fersen umgedreht haben. Und das goldene Kalb angebetet haben. Das heißt, hier haben wir eine Quelle, die sagt, die Menschen werden nach dem Propheten auf ihren Fersen umkehren. Genau wie die Völker davor. Der Prophet sagt, ich werde die glitzegleichen Fehler machen wie die Kandidaten vor 2000 Jahren. Das heißt, ich als Detektiv muss sehen, aha, okay, da wird was passieren. Es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und Rosa. Okay? Das heißt, wir werden heute mal schauen, nachdem Abu Bakr die Macht gekriegt hat, was haben die Gefährten dazu gesagt, was hat Imam Ali dazu gesagt? Was hat es mit dem Angriff auf dem Haus von Fatima der Sahra zu tun? Und was hat es mit dem Feld von Faddaq auf sich? Das ist Abu Bakr von Fatima genau mal. Was ist da passiert? Und wir werden das alles ausschließlich aus sunnitischen Quellen belegen. Was ist passiert? Abu Bakr hat zu Unrecht nach dieser Wahl das Kalifat bekommen. Es war eine Wahl, die gar keine Wahl war. Er war nicht eingeladen auf dem Meeting, sie waren nur zu dritt. Die ganzen Gefährten waren nicht da. Der Prophet war noch nicht mal beerdigt. Das haben wir letzte Woche alles durchgekaut. und haben gesehen, das war eigentlich eine Nacht-und-Nebel-Aktion und es ist fast eine Schlägerei ausgebrochen in Sarifa. Das heißt, es war keine demokratische Wahl, wie wir es uns vorstellen. Es war eigentlich ein Gangsters-Club. Ein paar Gangster haben sich getroffen und haben gesagt, okay, du, nein ich, nein er, nein ihr und es wurde im Endeffekt Abu Bakr gewählt. Das heißt, keiner war einverstanden und nicht jeder war damit einverstanden. Das heißt, nicht jeder war anwesend und nicht jeder war auch damit einverstanden. Ibn Abel Hadid, einer der größten, bekanntesten sunnitischen Historiker, beschreibt folgendes. Imam Hassan, der noch sieben Jahre alt war, der Sohn von Amir Moumenin, sieht, dass Abu Bakr auf dem Minbar, auf dem Rednerpult des Propheten sitzt in der Moschee und er geht zu ihm hin und sagt, oh Abu Bakr, das ist das Minbar von meinem Papa. Geh du gefälligst zum Minbar deines eigenen Papas. Der siebenjährige Junge, Imam Hassan, a.s.w., sagt es zu Abu Bakr. Und was sagt Abu Bakr in dieser sunnitischen Quelle? Er sagt, du hast recht. Bei Allah, das ist der Minbar deines Vaters. Mein eigener Vater hat kein Minbar. Okay? Von Ibn Abel Hadid berichtet. Nicht von Al-Kafi, nicht von Biharul Anwar. Okay? So. Und viele Gefährten haben protestiert. Ammar hat protestiert. Salman hat protestiert. Ja? Miqdad, Abu Zar. Die haben gesagt, warst du etwa nicht an Radir dabei? Hast du etwa nicht gesehen, dass der Prophet Imam Ali ernannt hat? Habt ihr das etwa alles vergessen? Habt ihr das unter den Teppich gekehrt? Ja? In Sahih Bukhari heißt es auch nämlich, dass Omar sagt, ja, nachdem Abu Bakr zum Kalifen wurde, und Omar sagt, und es bestand kein Zweifel, dass nach dem Tod des Propheten wurden wir informiert, dass die Ansar, also die Helfer, die jetzt nicht Kalifen wurden, nämlich die Muhajirun, die wurden ja Kalifen durch Abu Bakr, die Ansar waren gegen uns und hatten sich in einem Ort namens Banisade getroffen. Ali und Zubair und wer auch immer mit ihnen war, waren gegen uns, während einige Muhajirun für Abu Bakr waren. Das heißt, Omar beschreibt hier, es gab zwei Parteien. Es gab die Ansar, es gab Imam Ali, es gab Zubair, die waren ganz klar gegen uns und es gab die Muhajirun, nämlich Abu Bakr und seine Gefolgschaft, die waren pro Abu Bakr. in Sahebukhai. Das heißt, wir sehen, es wird berichtet, da gab es einen Zwiespalt, da gab es zwei Camps. In Ahmad heißt es nämlich auch, dass Imam Ali erzählt von Qadir. Das heißt, Abu Bakr ist Khalifa geworden und Imam Ali kommt und versammelt diese Leute und sagt, habt ihr etwa nicht den Propheten gehört, als er gesagt hat, was so viel bedeutet, habe ich nicht mehr Anrecht über euch, als ihr selber. Das hat der Prophet an Rasiel gesagt, steht in sehr vielen Quellen in Bukhari, Muslim und Co. Habe ich etwa nicht mehr Anrecht auf euch, als ihr selber und damit macht der Prophet eine Andeutung auf den Koran, Vers 33, Vers 6, wo es heißt, der Prophet hat mehr Anrecht über euch, als ihr selber. Und die Leute sagen, ja, 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 doch, wir waren Zeugen, wir haben gesehen, dass der Prophet das sagt. Er hat mehr Anrecht über uns. Und dann sagt Amir, hat danach direkt der Prophet nicht gesagt, wessen Mauler ich bin, dessen Mauler ist auch Ali. Und das Witzige ist, in Sahih Bukhari und in den ganzen Überlieferungen steht in Klammern immer Friend and Supporter, also der Freund und Helfer. Ja, Moment mal, das ergibt keinen Sinn. Es wird hier gerade geredet über, wer hat mehr Anrecht über euch, wer hat mehr Befehlsgewalt. Der Koran und der Prophet sagen, habe ich etwa nicht mehr Befehlsgewalt über euch, als ihr selber. Die Leute sagen, nicken und sagen, ja, ja, ja. Und jetzt soll Mauler nur Freund bedeuten? Nein, es ging hier und die Leute sagen, und hier heißt es, zwölf Gefährten, die in der Schlacht von Baze dabei waren, also quasi die gestandenen alten Hasen, haben gesagt, oh Ali, wir bestätigen, es war so. So. Warum hält Ali diese Rede? Das heißt, er war nicht zufrieden, er war nicht einverstanden mit der Regierung von Abu Bakr. Sonst hätte er das dann nicht gesagt. Ja? Das heißt, er sagt hier, ich war der Ernannte. Und keiner hat jemals behauptet, dass er von dem Propheten ernannt wurde außer Ali. Weder Abu Bakr noch Umar noch die späteren Khalifen haben jemals an irgendeinem Punkt ihres Lebens gesagt, der Prophet hat mich ernannt zum Nachfolger. Keiner außer Ali hat das behauptet, weil es nämlich so war. Ja? Steht in der Geschichtsschreibung fest. Wie gesagt, setzt das Puzzle zusammen. Seid Detektive. Wir haben jetzt gerade nur aus sunnitischen Quellen berichtet, was passiert ist. Wenn ich schiitische Quellen aufmachen würde, schau, dann wäre ja alles bis in die letzte Millisekunde genau überliefert, was genau passiert ist. Aber anhand von diesen Überlieferungen stellen wir schon fest, da gab es einen riesen Zwiespalt. Jetzt sagen sie aber nein, Ali war nur neidisch auf Abu Bakr. Der hat ein Hate gegen ihn gespürt und später hat er sich dann auch entschuldigt bei Abu Bakr und hat ihn in Treuheit geschworen. Dazu komme ich dann später noch. Ja gut, jetzt redet ihr gerade über Ali, über unseren Imam. Könnt ihr das auch bitte gefälligst aus unseren Quellen beweisen, dass Ali sowas gemacht hat? Denn in unseren Quellen steht was ganz anderes. In unseren Quellen, in den schiitischen Quellen sagt an keiner Stelle Amir Muminin, jawohl, ich habe Abu Bakr in Treuheit geschworen. Also wenn ihr schon über unseren Imam redet, dann kommt auch bitte mit unseren Quellen. Ja? Es ist für mich leicht, als Schiite über Abu Bakr zu reden aus meinen Quellen. Nein, ich komme mit euren Quellen. Wenn ihr über unseren Imam redet, dann kommt gefälligst mit unseren Quellen. Das heißt, wir treten diese Überlieferung in die Tonne, dass Imam Ali auf einmal neidisch war und dann war er sauer und dann hat der Abu Bakr in Treuheit geschworen und er hat geweint und alles war wieder Habibi, wir sind Best Friends. Akzeptieren wir nicht. Ja? Jetzt sagen natürlich aber viele, okay, Moment mal, wenn Ali doch der rechtmäßige Anführer und Khalif sein soll, wie der Prophet gesagt hat, warum kämpft er denn nicht drum? Warum hat er nicht das Schwert gezogen und Abu Bakr platt gemacht? Jetzt komme ich wieder zu schiitischen Quellen. Wie gesagt, Disclaimer, das steht wieder nicht im sunnitischen. Nämlich, der Prophet hat es Imam Ali im Sterbebett so befohlen. Als der Prophet im Sterbebett lag und alle rausgeschmissen hat, nachdem Omar gesagt hat, dieser Mann ist benebelt, ja, hat der Ali zu sich gezogen und hat gesagt, oh Ali, diese Männer werden nach meinem Tod Spaltung erzeugen. Sie werden deine Frau töten. Sie werden sie schlagen vor dir. Wenn du 40 Männer hast, die an deiner Seite sind und treu hinter dir sind, genau wie die 72 Gefährten von Imam Hussein, dann kämpfe. Nur 40 Männer. Also dieser Raum voll. Wenn du 40 Jungs hast, die an deiner Seite sind, dann kämpfe. Hol dir die Chilafa zurück, mach sie alle platt. Und die Gefährten sind doch zu Imam Ali, die kommen, oh Ali, wir müssen kämpfen, wir müssen was machen, was soll das? Und Ali hat gesagt, okay, kein Problem. Morgen früh rasiert euch die Köpfe und kommt zum Fadj-Gebet vor meiner Haustür. Dann werden wir losgehen. Und die Leute, jawohl, machen wir, let's go. Ja? Am nächsten Tag kamen vier oder fünf Männer. Darunter Salman, Abuzar, Merdod, Sobeir. Ja? Das waren die einzigen treuen Schiiten. Und was macht jeder Imam, der keine Gefährten hat? Er geduldet sich. Er ist ruhig. Imam Hassan hat gekämpft, solange er Supporte hatte. Als sie die Seite gewechselt haben zu Moabir, da komme ich in den nächsten Wochen dazu, hat er das schwer zur Seite gelegt, hat einen Friedensvertrag gemacht. Imam Hassan erscheint jetzt nicht, weil er noch keine 313 Gefährten hat. Imam Hassan hat aber gekämpft, weil er 72 Supporte hatte. Der Prophet hat in der Schlacht von Badd gekämpft, weil er 313 treue Männer an seiner Seite hatte. Ja? Deswegen hat Ali nicht gekämpft. Gegen wen soll er kämpfen alleine? Mit vier Männern. Deswegen musste er sich gedulden. Ist aus schiitischen Quellen. Und außerdem, es gibt eine sehr berühmte Rede von Imam Ali, die Schach-Sharia predigt, ist in Nakhjul-Balari und vielen anderen Quellen überliefert, wo Imam Ali diese Situation beschreibt, es ist wie ein Knochen in meinem Hals, der stecken geblieben ist und wie ein Dorn in meinem Auge. Das heißt, ich sehe, was diese Männer mit dem Islam gemacht haben, ich kann aber nichts machen, meine Hände sind gebunden. Das ist wie ein Knochen, er kann weder raus noch runter, ich muss es erleiden. Was für eine Qual ist das, wenn du Maassoum bist, wenn du die Zukunft bis in den nächsten 10.000 Jahren siehst, was das Verfolgen hat. Und du kannst nichts machen. Du musst dich gedulden. Das ist so schwer, das zu ertragen. Was hat es jetzt mit dem Angriff auf den Haus von Fatima, salamun la aleyha, auf sich? Das ist nämlich ein Riesendebakel. Wir müssen verstehen, Imam Ali, aleyhis salam, war eine politisch wichtige Person. Jeder kannte Amin al-Mu'manin. Jetzt, wenn gerade dieser Ali, Abu Bakr, nicht den Treueid schwört, das ist ein Problem. Weil sehr viele Männer folgen Ali. Wenn jetzt gerade dieser Ali, den Abu Bakr, nicht den Treueid schwört, das ist ein Problem. Deswegen muss der Abu Bakr dafür sorgen, dass Ali, vor allem Ali, ihm den Treueid schwört. Und deswegen sagt er, bringt mir Ali und seinen Treueid. In Tarikh at-Tabari, eine sehr bekannte sunnitische Geschichtsquelle, heißt es, das Abu Bakr befohlen hat, bringt mir den Treueid. Aber Ali und Subayr hielten Abstand. Subayr zog sein Schwert und sagte, ich werde dieses Schwert nicht wieder zurückstecken, bis Ali den Treueid gegeben wird. Also bis Ali wieder der rechtmäßige Anführer wird. Diese Nachricht erreichte Abu Bakr und Umar. Und der Letztere, also Umar sagte, also schmeißt ihn mit Steinen ab und konfisziert sein Schwert. Es wurde gesagt, dass Umar hingerannt ist, also hingegangen ist zu Ali und Subayr und sie gewaltsam zu sich gezogen hat und ihnen gesagt hat, ihr müsst den Treueid schwören, ob ihr wollt oder nicht. In Tarikh at-Tabari, nicht in Bahadul Anwar. Das heißt, hier heißt es schon, Ali und in dem Fall Subayr haben sich widersetzt, haben gesagt, wir schwören nicht in Treueid und Umar holt sie mit Gewalt raus, sagt, ich werfe euch mit Steinen ab, wenn ihr nicht in Treueid schwört. Ist das der Islam des Propheten? Hat der Prophet so die Menschen zum Islam gebracht? Oder ist das die Art und Weise, wie die ISIS heute regiert? Oder die Taliban? In einer weiteren Quelle blende ich euch ein. Abu Bakr fragte Ali um den Treueid und Ali weigerte sich. Dann ging Umar zu Alis Haus und jetzt kommt's. Umar ging zu Alis Haus mit einer brennenden Fackel. An der Tür traf er Fatima, welche folgendes zu ihm sagte, möchtest du die Haustür anzünden? Umar sagte, ja, denn das wird den Glauben, den uns dein Vater gegeben hat, stärken. Was auch immer das für eine Logik sein soll. Ja? Nächste Überlieferung. Fünf Quellen blende ich euch ein. Umar sagt das zu Fatima O Tochter des Propheten, ich weiß, dass der Prophet Gottes niemanden mehr liebte als dich, aber das wird mich nicht davon abhalten, meine Entscheidung auszuführen. Ich schwöre bei Allah, wenn diese Leute in deinem Haus bleiben, also Ali und Subel und so weiter, werde ich das Haus niederbrellen. Fünf Quellen dazu. Nächste Überlieferung. Wie gesagt, das sind alles sunnitische Quellen. Und dann sagen sie uns, das ist eine Erfindung von uns Schiiten. Leute, das ist gerade ein Knülle, den ich euch hier gerade erzähle. Das ist wie, als würden sie aus unseren Quellen berichten, dass Imam Hussein beispielsweise den Propheten verprügelt hätte. Und solche Überlieferungen gibt es aber. Ich will nicht das Fass aufmachen, was für widerliche, eklige, obszöne Überlieferungen in Sahih Bukhari, Muslim und Co sind. Die jenseits, die zu extrem sind, dass ich sie heute hier erzählen kann. Ich verstehe jeden Islamkritiker, der den Islam anfeindet, weil die holen sich diese Bücher. Kein Islamkritiker kritisiert der Islam aufgrund von Beharr al-Anwar. Keine kritisiert Imam Sadik. Ja? Nächste Überlieferung. Auch wieder fünf, sechs Quellen dazu. Als Umar zur Tür des Hauses von Fatima kam, sagte er, bei Allah, ich werde das Haus über euch niederbrennen, es sei denn, ihr kommt heraus und leistet Abu Bakr und Treuheit. Okay. Nächste Überlieferung. Umar fordert Holz und sagt er zu den Leuten im Haus, ich schwöre bei Allah, der meine Seele in seiner Hand hat, dass ich das Haus niederbrennen werde, wenn er nicht herauskommt. Und jetzt kommt jemand, sagt er zu Umar, so, das ist das Haus von Fatima, also Fatima ist in diesem Haus und er sagte, na und, es ist mir egal, wer in diesem Haus ist. Ja? Wir sehen hier, es ist dieselbe Situation, aber jedes Mal ein bisschen anders beschrieben, genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist nicht Wort für Wort identisch, aber alle berichten, das eine hat einen Satz mehr, der andere hat einen Satz weniger, aber alle berichten, dass Oma das Haus anzünden wollte. Da war eine Bedrohung und er sagt, juckt mich nicht, wer in diesem Haus ist. Alle schreiben im Endeffekt das. In einer weiteren Überlieferung heißt es, Ali und Abbas saßen im Haus von Fatima. Abu Bakr sagte zu Umar, geh und bring sie her, wenn sie sich weigern, töte sie. Das ist der Befehl von Abu Bakr, dem rechtgeleiteten Chalifen. Umar brachte Feuer, um das Haus zu verbrennen. Fatima kam zur Tür und sagte, oh Sohn von Khattab, bist du gekommen, um das Haus über mir und meinen Kindern niederzubrennen? Umar antwortete, ja, das werde ich, bei Allah, bis sie herauskommt und dem Chalifen des Propheten die Treue spürt. So, das waren jetzt fünf, sechs Überlieferungen mit zehn, zwölf Quellen aus nicht-schiitischen Büchern, die klipp und klar beschreiben, dass Umar Fatima bedroht hat, das Haus anzuzünden, sie rauszuholen, sie zu töten. Okay, das beißt sich mit Überlieferungen, wo es später anscheinend heißt, ach, Imam Ali war dein Best Friend, hat ihn in Treuheit geschützt, das beißt sich. Ja, und es beißt sich vor allem extrem mit den hunderten Überlieferungen, die wir Schiiten haben, die sagen, es war alles, also ich werde euch gleich sagen, was die schiitische Version ist, was danach passiert ist. Jetzt sagen aber viele, das ist also genau wie letzte Woche, keiner leugnet das. Kein sunnitischer Historiker leugnet, dass Umar diese Sätze gesagt hat. Es wird aber wieder was? Gerechtfertigt. Sie sagen, ja, Umar hat es ja nur gesagt, er hat es ja nicht gemacht. Er hat nur bedroht, er hat es nicht gemacht. Wo ich denke, was sag ich mal, hackt es noch? Wenn du, die Tochter des Propheten, mit Ali, wo es Tonnen an Überlieferungen in euren Büchern gibt, dass Ali, Ali ist von mir und ich bin von Ali, dazu komme ich gleich. Dass Fatima, wer sie ärgert, verärgert mich. Diese Frau bedroht ihr und sagt, ach, es war nur eine Bedrohung? Kein anderer Gefährte hat sowas gemacht und dann feiert ihr ihn? Das ergibt keinen Sinn. Ich als Detektiv, der mir diese Quellen angucken würde, würde ich denken, alter Schwede, was ist das für ein aggressiver Mensch, der die Tochter des Propheten so heftig bedroht? Aber es blieb nicht nur bei einer Bedrohung. Weitere sunnitische Quellen gehen jetzt noch tiefer in die Materie. In einer folgenden Quelle heißt es folgendes. Sie umzingelten Ali und verbrannten die Tür des Hauses. Das heißt, hier wird schon gesagt, sie sind ein Step-Widegger. Sie verbrannten die Tür seines Hauses nieder und zogen ihn gegen seinen Willen heraus und drückten die Fürstin aller Frauen, also Fatima, zwischen die Tür und die Wand und töteten Mohsin. Mohsin war ihr sechs Monate alter Fötus. Wenn er geboren wäre, wäre er auch einer unserer Imame gewesen. Ja? Er steht in einer sunnitischen Quelle. In einer weiteren heißt es, am Tag des Treueids schlug Omar Fatima auf den Bauch, sodass das Kind in ihrem Leib starb. Das haben nicht wir berichtet. So. Jetzt haben wir diese sunnitische Überlieferung, die sagen, er hat bedroht, er hat angegriffen, er hat geschlagen. Parallel haben wir Tonnen an schiitische Überlieferungen, die genau das berichten, ein bisschen mehr im Detail, dann würde ich als Historiker sagen, jawohl, es hat so stattgefunden. Es hat so stattgefunden. Es gibt keine Überlieferungen, wo man sagt, nee, es hat nicht so stattgefunden. Die Beobachtungen deuten auf ein Ereignis hin. Jeder hat es halt nur so ein bisschen, manche softer, manche härter, aber es hat stattgefunden. Der Angriff hat stattgefunden. Die schiitischen Überlieferungen gehen aber, wie gesagt, tiefer. Was sagen die schiitischen Überlieferungen? Nämlich, dass sie die Tür eingebrochen haben. Sie wurde zwischen Tür und Wand eingeklemmt, ihre Rippe ist gebrochen und ihr Fötus ist gestorben. Sie fiel auf den Boden und Grundfuß, der Sklave von Omar, kam und hat sie mit der Peitsche geschlagen. Omar hat mit der Rückseite seine Schmerz auf die Schulter von Fatima gehauen, sodass ihr Oberarm wundig wurde bis zu ihrem Tod. Hat ihr eine Ohrfeige gegeben, der Tochter des Propheten? Und viele sagen, ach, Imam Ali hat gar nichts gemacht. Er saß nur rum, warum hat er nicht angegriffen? Doch, er hat angegriffen. Wir berichten sehr genau, was Ali gemacht hat. Ich meine, das ging hier um 20 Sekunden. Sie brechen die Tür ein, schlagen sie, Imam Ali kommt, packt Omar und drückt ihn auf den Boden. Und was für eine Geduld muss dieser Mann haben, dass er sagt, wenn der Prophet mir nicht im Sterbebett befohlen hätte, geduldig zu sein, würde ich dir jetzt den Kopf von deinem Körper trennen. Aber er hat in Ruhe gelassen. Was für eine Geduld muss man haben, dass deine eigene Frau geschlagen wird, dein Recht entzogen wird, der Islam komplett auf den Kopf gestellt wird? Du hast die Möglichkeit, diesen Mann ein für alle Mal zu beerdigen und er sagt, der Prophet hat mir befohlen, ich muss geduldig sein. Hätte Imam Ali die Sache dort beendet, hätten wir heute keinen Zwiespalt. Wir würden heute nicht vor einer Woche 120 arme muslimische schiitische Mädchen in Afghanistan von der Taliban zerbombt werden. Denkst du, Imam Ali wusste nicht, dass tausend Jahre später solche Tragödie passieren werden? Aber er musste Geduld haben. hat ihn zu Boden gedrückt, hat ihn dann wieder gelassen. Und dann sind sie reingestürmt und haben Imam Ali in Ketten gelegt, haben ihn durch die Straßen gezogen. Wie gesagt, das sind schiitische Quellen jetzt. Disclaimer. Haben ihn durch die Straße gezogen, ringsherum, bis zum Moschee des Propheten. Hassan und Hussein, kleine, sechs, sieben Jahre alte Kinder, weinen, lassen sagen, lass meinen Papa los, lass meinen Papa los. Und er steht jetzt vor dem Khalif. Und 40 Männer versuchen die Hand von Ali zu öffnen, aber sie schaffen es nicht, damit er seine Hand geben kann. Sie schaffen es nicht. Und Omar sagt, wenn du jetzt nicht den Treueitsch wirst, schlage ich dir den Kopf ab. Hassan und Hussein fangen an zu weinen. Wie fühlt es sich an für zwei kleine Kinder, wenn ihr Vater direkt neben ihm bedroht wird, dass er getötet wird? Und Abu Bakr hat gesehen, die schaffen es nicht, die Situation eskaliert, Abu Bakr ist gekommen und hat einfach nur den hier gemacht, auf der Hand von Ali. Er hat in Treuheit geschwören, Yalla, ciao, er soll nach Hause gehen. So hat es stattgefunden, in schiitischen Quellen. So. Was sagen jetzt die sunnitischen Quellen? Die berichten, Salamu alaikum, die berichten, dass Imam Ali, als seine Frau gestorben ist, war sehr wütend und die Muslime haben sich von Ali distanziert, so nach dem Motto, wieso tust du nicht den rechtmäßigen Khalifen supporten? Und Ali kam eines Tages zu Abu Bakr und hat gesagt, Abu Bakr, es tut mir leid. Ich war sauer aus einigen Gründen. Ich dachte, ich hätte selber ein Anrecht, auch Khalifa zu werden und war deswegen neidisch. Und zweitens, es hat mich aufgeregt, dass du bei der Sarifa-Wahl mich nicht beraten hast. Ich hätte dabei sein müssen. Aber ich sehe, du bist ein guter Typ, so nach dem Motto, und ich werde dir heute den Treuheit schwören. Und Abu Bakr hat geweint, steht so geschrieben. Abu Bakr hat geweint und sagte, mein Bruder, es ist nicht schlimm, alles in Ordnung. Und Ali hat dann Abu Bakr den Treuheit geschworen, nachdem all das passiert ist, als ob. Hat ihm den Treuheit geschworen und danach sagen die Muslime zu Ali, oh Ali, du hast jetzt das Richtige getan. Das ist die sunnitische Version. Steht in unseren Büchern nicht. Also wie gesagt, wenn ihr schon über Ali redet und ihm Dinge zuwirft, dass er das gesagt hat, bitte belegt es auch gefälligst auch aus unseren Büchern. Sowas gibt es bei uns nicht. Das ist eine Erfindung. Das heißt, kein Mensch, kein Geschichtsschreiber, egal von welcher Rechtsschule, kann leugnen, dass der Angriff stattgefunden hat, dass Fatima to Zahran verprügelt wurde, die Tochter des Propheten. Alle Quellen, alle Pfeile zeigen auf dieses Ereignis. Aber, jetzt wird es spannend, Leute. Viele sagen, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Okay, so viele Überlieferungen, okay, okay, okay. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ein Mensch, der den Propheten mit eigenen Augen gesehen hat, die Tochter des Propheten verprügelt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja auch okay, wenn man so denkt. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wie kann so ein Mensch sowas machen. Viele sagen, das muss ein Missverständnis sein. Diese Überlieferung muss, irgendwo muss ein Haken drin sein. Aber Leute, sowas ist in der Geschichte schon mal passiert. Gehen wir zur authentischsten Quelle, die es gibt, nämlich den Koran. In Surah Barara, Vers 47, was tut Allah da sagen? Er lobt preis die Kinder von Israel. Er sagt, ich habe euch über alle anderen Nationen geehrt. Oh, Bani Israel. Ihr habt gesehen, wie das Meer aufgeteilt wurde. Ihr habt den Propheten gesehen. Ihr habt die Plagen gesehen. Wir haben euch Essen vom Himmel herab gesandt. Ihr habt all diese Wunder gesehen. Ich habe euch über alle Nationen geehrt. Das heißt, Gott lobt sie hier. Ihr wart die besten Sahaba, wenn man so will. Im Vers 61, also ein paar Vers später, heißt es, ihr habt aber Propheten zu Unrecht getötet. Ihr habt das goldene Kalb angebetet. 90 Propheten haben sie in einem Tag hingerichtet, die Bani Israel. Jetzt kann man sagen, wie kann das sein? Ja, es ist passiert. Die Sahaba des Propheten Moses, die all diese Wunder gesehen haben. Der Moses war nur 40 Tage auf dem Berg. Sie haben das Kalb angebetet. Und dann wollte ich mir sagen, es ist unwahrscheinlich, dass es beim letzten Propheten auch so passiert ist. Wobei der Koran sagt, dreht ihr euch auf euren Fersen um. Der Prophet sagte selber, habe ich am Anfang gesagt. Ihr werdet eins zu eins dieselben Fehler machen, wie die Kandidaten vor euch. Es ist nicht unglaubwürdig. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Männer, die Sahaba, die Gefährten des Propheten, wie die Gefährten von Moses um 180 Grad zurückgerudert sind zu ihren alten Bäuchen. Und jetzt mache ich euch mal ein Beispiel. Mal angenommen, ich sage, hey, ich habe einen, mal angenommen, irgendeinen gläubiger Bruder, den wir hier kennen, ja. Ich sage euch, hey, der hat letzte Woche, ich habe ihn gesehen, wie er eine Frau geschlagen hat, auf der Straße, voll verprügelt. Würde sich jemand sagen, nein, das Dach vor der Law, wir kennen diesen jungen Mann, der würde niemals so etwas machen, wir haben noch nie so etwas von dieser Person gehört. Würde keiner glauben. Aber mal angenommen, ich erzähle euch von einem Mann, der schon mehrmals Frauen geschlagen hat. Und ich sage, hey, ich habe ihn gesehen, wie er eine Frau auf der Straße verprügelt. Das ist schon wahrscheinlicher, oder? Weil er hat es schon mal gemacht. Das ist nicht unwahrscheinlich. Kommen wir zu Omar. Wir behaupten doch hier, aus sunnitischen, als auch schiedlichen Quellen, dass Omar die Tochter des Propheten Fatima, verprügelt hat und für ihren Tod gesorgt hat. Das ist unsere Aussage. Gab es denn weitere Fälle, wo Omar Frauen geschlagen hat? Gehen wir zu Ibn Eshar, der in seiner Biografie erzählt, wie Omar überhaupt zum Islam konvertiert ist. Es heißt, Omar war sehr stinksauer, als er noch in Mekka war, als Omar noch nicht zum Islam gekommen ist. Omar war sauer, dass der Prophet so viel Macht gewinnt, dass so viele Jugendliche ihm folgen, dass viele Muslime nach Abyssinien auswandern und die gesamte Mekka gerade so zerstreut wird. Das hat ihn genervt und er hat sich auf den Weg gemacht, den Propheten zu töten. Okay? Omar hat sich auf den Weg gemacht, den Propheten zu ermorden. Und auf dem Weg hat er einen Freund getroffen, der ihn gefragt hat, hey, wo geht es hin? Und er sagt, ich gehe Mohammed töten. Und er sagte, was? Ja, ich gehe ihn töten. Warum denn? Und er sagte, ja, ich habe keinen Bock auf ihn, der macht unsere Jugendlichen kaputt. Und er sagte, come on, Omar, du gehst den Propheten töten, während deine eigene Schwester konvertiert ist zum Islam. Okay? Das ist witzig, die Schwester von Omar hieß Fatima. Sehr ironisch. Er sagt, deine eigene Schwester ist zum Islam konvertiert und du gehst den Propheten töten? Und er sagt, was, meine Schwester ist konvertiert? Er geht zu seiner Schwester und geht in die Wohnung rein und stellt fest, das berichtet wer? Ibn Esak. Und stellt fest, dass sie gerade am Koran lesen ist mit ihrem Mann, also mit dem Schwager von Omar. Und Omar sagt, was liest du hier für den Müll? Ja? Was liest du für den Müll? Packt sie und schlägt sie blutig. Seine eigene Schwester schlägt Omar den Mund blutig. Der Schwager kommt, ihn verprügelt er auch und er geht wieder und es heißt, später ist er wieder zurückgekommen, hat sich dann die Verse angehört, was seine Schwester sagt, hat dann später und dann ist er konvertiert. Und viele sagen, boah, Maschallah, was für eine schöne, romantische Geschichte. Ja? Die machen daraus eine Fasila, die machen daraus eine ehrwürdige Sache. Boah, was für eine schöne Geschichte. Erst war ein Hater und dann ist er, hey, okay, und er soll der Nächste zum Propheten sein? Gibt es so eine Geschichte über Imam Ali, wo den Propheten angreifen wollte? Nein, er hat jedes Mal sein Leben geben wollen für den Propheten. Also wenn es um die Vorgeschichte geht, sollte Ali Khalifa werden, weil er näher den Propheten ist, weil er solche Geschichten nicht hat. Aber jetzt sagen viele, okay, das war aber bevor er konvertiert ist. Nachdem Omar konvertiert ist, hat er sowas nie wieder gemacht. War es so? Gehen wir weiter. Sunan ebn Maja, eine von den sechs wichtigsten Büchern. Da berichtet einer, Ohren aufgespitzt. Er sagt, die Überlieferung finde ich echt witzig. Er sagt, ich war eines Nachts Gast im Haus von Omar und mitten in der Nacht ging er und schlug seine Frau und ich trennte sie. Also ich brachte sie auseinander. Als er zu Bett ging, sagte er zu mir, Oh Ash'as, erfahre von mir etwas, was ich vom Gesandten Allahs gehört habe. Ein Mann sollte nicht gefragt werden, warum er seine Frau schlägt und er sollte nicht schlafen gehen, bis er das Nachtgebet gebetet hat und das dritte habe ich vergessen. Ich setze jetzt nur meine Vermutung auf, aber das klingt für mich wie jemand, der betrunken ist. So blöd es auch klingt. Er sagt, ich habe sie getrennt. Er war schon Moslem zu den Zeitungen. Er schlägt seine Frau. Er sagt, ich möchte drei Dinge sagen. Erstens, der Prophet sagt dem, man soll einen Mann nicht fragen, warum er seine Frau schlägt. Zweitens, du sollst das Nachtgebet lesen und das dritte habe ich vergessen. Kein Wunder, dass die Islamkritiker sagen, der Islam ist eine gewalttätige Religion, wenn es solche Überlieferungen gibt. Über den so recht geleiteten Chalifen. In Sunan ibn Majah. Ich verstehe jeden Islamkritiker. Das war, nachdem er konvertiert ist. Eine weitere Überlieferung, und die finde ich am krassesten. In drei Quellen, unter anderem auch Talich At-Tabari, die eine der bekanntesten Quellen. Da heißt es, als Abu Bakr starb, das heißt, der erste Chalif ist tot, Omar ist jetzt der zweite Chalif. Das heißt, Omar ist frisch Chalife geworden. Als Abu Bakr starb, hat Aisha eine Trauerveranstaltung für ihn abgehalten. Omar wurde darüber informiert und kam zu ihrer Tür und verbot ihnen, für Abu Bakr zu trauern. Warum? Weil laut deren Auffassung ist es verboten, dass Menschen weinen und trauern. Was auch immer für nicht logisch sein soll. Die Wahhabiten in Mekka beispielsweise, die sagen, du darfst nicht weinen, wenn dein Vater stirbt, du darfst nicht weinen. Das ist Haram. Von wem haben sie es? Von Abu Bakr und Omar. Ja gut, auf jeden Fall, Omar wurde darüber informiert, kam zu ihm und hat verboten, hat ihnen verboten, für Abu Bakr zu trauern. Die Frauen weigerten sich und deshalb sagte Omar zu Hisham ibn Walib, seinen Gefährten, geh rein und bringe mir die Tochter von Abu Rahaf die Schwester von Abu Bakr. Erstaunlich, wie sich die Geschichte wiederholt. Frauen sind hinter einer Tür, er will wieder einbrechen. Ein paar Jahre zuvor ist es mit Fatima der Zahra passiert. Geh rein und bringe mir die Tochter von Abu Rahaf, die Schwester von Abu Bakr. Als Ayesha dies hörte, sagte sie zu Hisham, ich verbiete dir, mein Haus zu betreten. Omar sagte zu Hisham, ich erlaube dir, das zu tun. Also ging Hisham hinein und brachte Omar Farwa, die Schwester von Abu Bakr zu Omar, woraufhin Omar anfing sie für eine Weile mit seinem Stock zu schlagen. Als die trauernden Frauen dies hörten, flüchteten sie. So. Was haben wir? Habt ihr gerade verstanden, was wir gerade vorgelesen haben? Abu Bakr, Omar ist das Khalifa, der Stellvertreter des Propheten, Stellvertreter von Gott auf Erden und er schlägt die trauernde Schwester des gerade soeben verstorbenen Khalifen. Er zieht sie raus gegen ihren Willen und verprügelt sie aufmitten in der Straße mit seinem Knüppel, mit seinem Stock. Jetzt denke ich mir, da ging es nur ums Weinen. Wenn Omar jemand ist, der eine Frau und dann noch die Schwester des Khalifen verprügelt auf offener Straße, weil sie geweint hat, ist es dann so unwahrscheinlich, dass er die Tochter des Propheten schlägt, weil sie ihm politisch in dem Weg steht? Was ist wichtiger, Politik oder Weinen? Er verprügelt die Schwester von Abubak, weil sie geheult hat, zu Recht, weil ihr Bruder ist gestorben. Denkt ihr, es ist so abwegig, dass dieser Mann eine andere Frau, nämlich die Tochter des Propheten, verprügelt, wenn sie ihm politisch in dem Weg steht und sagt, ich schwöre dir nicht in Treuheit? Das ist doch eine viel größere Sache. Das heißt wieder, Puzzle zusammensetzen, es ist zu 100% wahrscheinlich, dass dieses eigenes stattgefunden hat. Wir haben alle Belege, die belegen, Omar war ein Mann, der nicht gescheut hat, Frauen zu verprügeln wegen den sinnlosen Sachen, sowohl vor dem Islam als auch nach dem Islam, als er Khalifa war. Aus sunnitischen Quellen, nicht aus schiitischen. Die Quellen werde ich euch alle hier unten im Video einblenden. Aber es wird nicht geleugnet, sondern es wird gerechtfertigt, dass Omar das getan hat. Die Rechtsfertigung ist, ja, er hatte Recht, man darf nicht weinen für Verstorbene. Man darf nicht weinen. Woher das auch immer kommt. Hat etwa der Prophet Ja'rub nicht geweint für seinen Sohn, dass er dreimal blind wurde? Sein Sohn Yusuf, und er wusste, sein Sohn ist nicht mehr tot, er ist einfach nur weg. Er hat dreimal geweint. Ja? Und jetzt erzählt er mir, dass es verboten ist, zu weinen? Widerspricht dem Koran. Das heißt, es ist mehr als realistisch, dass er Fatima das auch verprügelt hat. Was, wer ist aber jetzt Fatima? Salam und Allah Was, wer ist diese Frau? Die meisten Sunniten sagen, ja, das ist die Tochter des Propheten, wir lieben sie, weil sie die Tochter des Propheten ist. Ja, aber wir lieben sie nicht, weil sie einfach nur verwandt ist. Abu Lahab war auch der Onkel des Propheten. Lieben wir ihn? Nein. Das heißt, der Islam lehrt uns, liebe nicht jemanden oder hasse nicht jemanden, nur weil er der Bruder von jemandem ist. Ja? Der Sohn von Abu Bakr, Mohammed ibn Abu Bakr, war ein treuer Gefährte von Amin am Umanin. Wir lieben ihn. Aber wir verabscheuen seinen Vater. Ja? Auf der anderen Seite, der Onkel von dem Propäten war Abu Lahab. Der Koran verflucht ihn. Familie hat nichts zu sagen. Der Sohn von Noah wurde ein Ungläubiger. Was sagt der Koran über Fatima? Bekannte Vers, Vers 33, wo Allah sagt, Allah will jegliches Übel von euch fernhalten, o ihr Leute des Hauses, also o Ahlulbayt, steht im Koran, und euch stets in vollkommener Weise reinhalten. Jetzt sagen viele, dieser Vers, Ayatul Tathir wird er genannt, dieser Ayat, bezieht sich auch auf die Frauen des Propheten. Was sagt denn, was steht in Tirmidhi und Sahih Muslim? Da heißt es, sechs Monate lang ging der Gesandte Allah an der Tür von Fatima vorbei, wenn er zum Morgensgebet ging und sagte, O Ahlulbayt, Allah will jegliches Übel von euch fernhalten und euch stets in vollkommener Weise reinhalten. Das heißt, in diesen zwei Quellen aus den sunnitischen Büchern heißt es, der Prophet ist jeden Morgen für sechs Monate an der Tür von Fatima vorbeigegangen und hat diesen Vers rezitiert. Wer hat in diesem Haus gelebt? Fatima, Ali, Hassan und Hussein. Nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, dieser Vers bezieht sich auf diese Leute, nicht die Frauen des Propheten. Ja? So, das heißt, dieser Vers bezieht sich auch auf Fatima zu Sahar. Und Ayatul Tathir berichtet auch von Hadithu Kisad, das ist wieder was anderes, da gehen wir uns nicht in die Materie, wo der Prophet diese fünf, also sich und diese vier Leute unter seinem Mantel quasi gebracht hat und gesagt hat und diesen Vers wieder rezitiert hat. Und das sind meine Ahl al-Bait, nicht die Frauen des Propheten. Weil eine Frau kann den Propheten auch wieder scheiden, kann wieder gehen, kann sterben, kann sonst was. Ja? Das sind die Ahl al-Bait. Und ihr Haus habt ihr angegriffen? Dieses Haus, dasselbe Haus, dieselbe Tür, die angezündet wurde, war dieselbe Tür, wo der Prophet sechs Monate lang diesen Vers rezitiert hat. In Sahih Bukhari und Sahih Muslim heißt es, Allahs Gesandte sagte, Fatima ist ein Teil von mir und ich bin, und wer immer auch Fatima ärgert und sauer macht, macht mich auch sauer. In Sahih Tirmidhi, zwei Überlieferungen, wo Ayisha sagt, die meisten, also diejenigen, die von Allah, also die Frau, die vom Propheten am meisten geliebt wurde, war Fatima und von den Männern war es Ali. Das heißt, der Prophet hat Fatima und Ali mehr als jeden Menschen auf diesem Planeten geliebt. Steht in sunnitischen Quellen. So. Und dann ist es okay, wenn Oma sie schlägt, mal angenehm, er hätte sie nicht geschlagen, dann ist es okay, wenn er sie bedroht, ich zünde dein Haus an. Also für was, wenn nicht sowas geht man in die Hölle, so ganz salopp es auch klingt. Für was, wenn nicht sowas wird man bestraft am Tag des jüngsten Gerichts. Der hat nicht irgendwen bedroht. Diese Frau, wo er sagt, wer Fatima sauer macht, macht mich sauer. In Sunnitim Abu Dawud heißt es, ich kürze es jetzt ab, aber da heißt es, wenn der Prophet irgendwo war und Fatima kam rein, auch als kleines Kind, ist der Prophet aufgestanden, hat ihre Hand geküsst und hat sie auf dem Sitz, auf dem Stuhl gesessen, wo er gesessen hat und er hat sie auf dem Boden gesessen. So ein Respekt zu seiner fünf, sechs, sieben Jahre alten Tochter. Deswegen wird auch Fatima genannt, Umme Abiha, die Mutter deines Vaters. Weil sie so ein, also der Prophet hatte für ihr so einen Respekt, wie man eigentlich vor der eigenen Mutter haben sollte. Umme Abiha. Diese Frau wurde angegriffen und es leugnet auch wieder niemand. In folgenden zwei Quellen werde ich euch einblenden. Heißt es, Abu Bakr ist im Sterbebett und was sagt er im Sterbebett? Er sagt, ich wünschte, ich hätte nicht das Haus von Fatima heimgesucht und keine Männer hingeschickt, um sie zu belästigen. Obwohl es einen Krieg ausgelöst hätte, wenn ihr Haus weiterhin als Unterschlupf genutzt worden wäre. Das heißt, er rechtfertigt es wieder. Das heißt, er bräute es nicht mal. Er sagt, ich wünschte, ich hätte das nicht gemacht, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte es einen Krieg gegeben. Ich musste das machen. Das heißt, Abu Bakr Leugn sagt hier im Sterbebett, ich habe das gemacht. Es besteht kein Zweifel. Und jetzt, als ob das alles nicht genug wäre, was ist passiert? Fatima wurde geschlagen, ihr Rippe ist gebrochen, ihr Kind ist gestorben im Mutterleib. Gehen wir ein paar Jahre in die Vergangenheit. Zu den Propheten sind die Juden gekommen und haben gesagt, wie wollen wir den Friedensvertrag machen? Und der Prophet sagte, okay, was sind eure Konditionen, was wollt ihr? Und sie sagten, wenn einer von den Parteien den Friedensvertrag bricht, dann soll die brechende Partei entweder getötet werden oder sie sollen verbannt werden aus diesem Land. Das waren ihre Konditionen, sagte er. Der Prophet sagte, okay, wenn ihr das wollt, dann ist es so. Haben den Friedensvertrag gemacht. Aber die Juden haben den Friedensvertrag danach gebrochen. Ihr könnt gerne in der Biografie des Propheten, da habe ich auch mal einen Vortrag darüber gemacht, könntet ihr es euch nochmal genau reinziehen. Sie haben den Friedensvertrag gebrochen und der Prophet ist nach Cheibar gegangen, nördlich von Medina, wo die Juden ansässig waren und er sagte, ihr habt den Friedensvertrag gebrochen. Und sie sagten, ja, na und? Dann lassen wir uns kämpfen. Und der Prophet sagte, okay, dann kämpfen wir halt. Sie haben gekämpft und die Juden haben verloren, wegen was? Wegen Ali. Wegen durch die Hand von Ali. Ja, jeder ist gescheitert außer Ali. Ali hat das Tor rausgegrissen. Jeder berichtet das. Das heißt, Ali hat, Aminah Momani hat dafür gesorgt, dass die Juden diesen Kampf verlieren und jetzt sagte der Prophet, soll ich euch jetzt töten laut eurem eigenen Vertrag oder verbannen? Was ist euch lieber? Und er sagte, oh Rasulullah, bitte mach keins von beiden. Bitte erbarme dich unser. Wir machen den Angebot, wir geben dir die Hälfte unseres Vermögens. Alles, was wir verdienen, geben wir euch die Hälfte. Der Prophet ist Rahmatullil Alamin. Ja, er ist Uswatul Hassanah. Er ist, der hat den besten Charakter, er hat das weicheste Herz. Er sagt, in Ordnung. Eigentlich müsste ich euch laut eurem Vertrag töten oder verbannen. Aber gut, ich nehme das Angebot an und die Juden haben die Hälfte ihres Vermögens den Propheten geschenkt. Als Quittmachung für ihr Verbrechen, was sie gemacht haben. Und ein Nachbarort, wo andere Juden ansässig waren, namens Fadak, das war ein sehr fruchtbares Land, die sind von sich aus, die haben von dieser Geschichte mitbekommen, sind zum Propheten gekommen und haben gesagt, oh Mohammed, wir wollen kein Theater, wir wollen keinen Stress, wir schenken dir von uns aus dieses Land Fadak als Friedensangebot. Ja, damit, das war eine Geste von denen, und der Prophet hat es angenommen. Und dieses Land Fadak von diesen Juden wurde den Propheten geschenkt. Das hat er nicht durch Kampf erobert. Es wurde ihm geschenkt durch die Juden und dieses Land war sehr fruchtbar. Also man kann sich eigentlich vorstellen, dass dieses Land pro Jahr eine Erwirtschaftung von ca. 20 Millionen Euro hatte in der heutigen Zeit. Das heißt, dieses Land war eine richtige Kapitalanlage, kann man sagen. 20 Millionen Euro im Jahr in der heutigen Zeit hat es einen Umsatz abgeworfen, diese Fläche. Und der Prophet hat dieses Land bekommen und ist zu Fatima zu Sahra und hat gesagt, oh meine Tochter, deine Mutter Khadija hat all ihr Vermögen für den Islam gegeben, ist arm, gestorben, ohne den Dach über dem Kopf, ohne Essen, in She'ibu Abu Talib. Ich möchte das wieder gut machen und ich schenke dir im Gegenzug dieses Land. Hat es Fatima zu Sahra geschenkt und sie hat all die Einnahmen für wohltätige Zwecke gespendet. Sie hat sich kein Palast gebaut durch das Geld. Sie hat das Geld gespendet an die Bedürftigen. Jetzt, Abu Bak, gehen wir wieder in die Zukunft. Abu Bak ist das Khalifa geworden. Dieses Land Fatak war die finanzielle Grundlage von der Ahl al-Bait. Sie haben davon gelebt auch. Er wusste, dieses Land muss ins Staatseigentum, weil Geld bedeutet Macht. Das Geld muss weg aus dieser Familie. Und er ist gekommen und hat dieses Land konfisziert, hat seine Soldaten hingeschickt. diese Soldaten haben die Bauern vor Ort verprügelt und haben dieses Land an sich gerissen. Jetzt, rein logisch, dieses Land ist im Besitz von Fatima. Jemand kommt und konfisziert dieses Land. Wer ist hier derjenige, der das Argument bringen muss, dass das Land in Falsche handelt? Muss jetzt Fatima rechtfertigen? Nein, er muss rechtfertigen, warum er sowas getan hat. Aber stattdessen sagt Abu Bak, okay, Fatima, du bist sauer, bring doch Beweise, bitte schön. Du musst doch Beweise bringen, du hast ihr das Land genommen. Du musst doch Beweise bringen, warum dieses Land ihr nicht gehört. Stattdessen sagt er, bring du gefälligste Beweise. Das ist wie, als würde der deutsche Staat mir mein Auto nehmen und sagen, Sina, beweist doch, dass es dein Auto ist. Hä? Das Auto ist meins, ich fahre es, alle Papiere gehören mir. Ihr müsst beweisen, warum es nicht mein Auto ist. Was macht sie? Sie sagt, der Prophet hat es mir geschenkt, zu Lebenszeiten. Und er sagt, okay, bring doch Zeugen. Sie bringt Amir al-Mu'mini Ali. Ali bezeugt, jawohl, ich war anwesend, er hat sie geschenkt. Abu Bakr sagt, nein, Ali ist dein Mann, das zählt nicht. Natürlich ist er auf seiner Seite. Okay, dieses Zeugnis hat er nicht akzeptiert. Dann bringen sie Hassan und Hussein. Sie bezeugen, ja, der Prophet hat das meiner Mutter geschenkt. Und er sagt, nein, das sind zwei kleine Kinder, das können wir nicht akzeptieren. Dann wird um ein Mann gebracht. Sie bezeugt das auch und sagt, nein, das ist eine Frau, ihr Testament können wir nicht akzeptieren. Alles in die Tone getreten. Und dann sagt Fatima, okay, mal angenommen, er hat es mir nicht geschenkt, dann ist es doch wenigstens mein Erbe, oder? Das war doch das Eigentum von Propheten. Der Prophet ist jetzt gestorben, jetzt ist es mein Erbe. Auf einmal kommt Abu Bakr mit einer Aussage, die noch niemals zuvor jemand gehört hat. Nämlich, er sagte, der Prophet sagte eines Tages, dass wir Propheten nichts vererben. Alles, was wir besitzen, ist Sadara, ist Spende an die Bevölkerung. Okay? Wie kann es sein? Niemand hat das jemals gehört. Es gibt keinen Koranvers, wo es heißt, die Propheten dürfen nichts vererben. Und außerdem, mal angenommen, es wäre so, warum weiß die eigene Tochter des Propheten nichts davon? Warum weiß die Tochter des Propheten nichts davon, dass ihr Vater nichts vererben darf? Denkt ihr, Fatima, der hat den Koran auswendig kannt, die werden wir gleich sehen, ein Vers nach dem anderen raushaut, denkt ihr, der Prophet sagt dir nicht, meine liebe Tochter, alles, was ich habe, musst du nach meinem Tod weggeben an die Bedürftigen. Ich vererbe nichts. Nein. Hat der Prophet nie gesagt. Auf einmal ist diese Überlieferung da. Was sagt aber Fatima, hat er aus der Pistole geschossen? Sie sagt, oh Abu Bakr, hast du nicht den Koran gelesen? Zure 27, Vers 16, wo es heißt, und Salomon erbte von David. Und war war es, war es, war es, war es, war es, war es, da steckt das Wort Erbe drin. Nächster Vers. Abu Bakr, hast du nicht gelesen? Sura 19, Vers 5 bis 6, wo Zakaria zu Allah sagt, oh Allah, gewähre du mir darum einen Nachfolger, der von mir erbt und vom Hause Jakobs erbt. Weiter sagt sie direkt im Anschluss, oh Abu Bakr, hast du nicht gelesen? Sura 4, Vers 10, in der Tat, diejenigen, die das Vermögen von weisen Kindern zu Unrecht aufzehren, die zehren in Wirklichkeit nichts als Feuer in ihre Bäuche. Und sie werden in einer lodenden Hölle brennen. Sie ist ein Waisenkind, die Fates wurde gerade getötet. Er ist gestorben. Du tust gerade mein Eigentum verzehren. Und er sagte, wiederholte seine Aussage, nein, ich habe gehört, der Prophet hat gesagt, wir vererben nichts. Kein Argument. In folgendes, zonitischen Quelle, werde ich euch anwenden, bringt Amir al-Mu'minin zu Abu Bakr, exakt die gleichen Punkte. Er sagt genau diese gleichen drei Verse, aber Abu Bakr sagt daraufhin, es ist, wie es ist. Es heißt, so Anführungsstrichen, juckt mich nicht, was du sagst. Okay? Steht in dieser Quelle. Das Witzige ist, in Sahih Muslim, tut Ayesha sehr wohl was vom Propheten erben. Da heißt es nämlich, Ayesha kommt zu einem und bringt zwei Klamotten vom Propheten und sagte, bei Allah, ich bezeuge, der Prophet ist in diesen Klamotten gestorben. Okay, was machen diese Klamotten bei dir? Ich dachte, der Prophet vererbt nichts, nicht mal ein Hemd. Das Hemd müsstest du doch in bedürftige Leute haben. Was sucht dieses Hemd bei dir? Es gibt auch andere Verse, die darauf hindeuten, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja? Sallam ala muhammadu ali muhammadu. Fatma Vizli Sahra war stinkzauer auf Abu Bakr. Welche Quellen gibt es dafür? Sahih Bukhari berichtete, Berichtet Ayesha, wo sie erstmal von den Erzählungen berichtet, wo Fatima Tuzahra zu Abu Bakht kommt, er nimmt ihr das Land weg, diese ganze Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Und dann heißt es, Fatima, die Tochter des Propheten, wurde sauer und hat aufgehört, mit Abu Bakht zu sprechen und diesen Zustand behielt sie bei, bis sie gestorben ist. Fatima lebte noch sechs Monate nach dem Tod des Propheten, berichtet Ayesha. Das heißt, Fatima war sauer auf Abu Bakht und hat aufgehört, mit ihm zu reden, bis sie sechs Monate später gestorben ist. Sahih Bukhari. In Tirmidhi berichtet Abu Hireyda die gleiche Überlieferung, aber das ist witzig, am Ende macht er noch so einen Satz dazu, wo er ganz genau sagt, Fatima hat aufgehört, mit Abu Bakht zu reden. Aber er hat gesagt, sie hat nur nicht mit ihm geredet, über diese Sache mit Fadak. Denn sie sagte, oh Abu Bakht und Oma, ihr seid wahrhaftige Männer. Als ob. Ja, sie wurde geschlagen, ihr wurde das Recht weggenommen und sie hat nicht mit Abu Bakht geredet, über diese eine Sache und sie sagt noch, oh ihr seid rechtmäßige, ihr seid wahrhaftige Männer. Während Ayesha, die viel glaubwürdiger ist, Ayesha ist doch nicht, ist sie etwa nicht die Mutter der Gläubigen, sie sagt, sie hat nicht mehr mit Abu Bakht geredet. Es gibt eine sehr bekannte Rede in schiitischen Quellen, die Fadak-Rede von Fatima du Sahra, wo sie ausgiebig ausholt, eine wunderschöne Rede und wo sie sagt, hat euch mein Prophet, hat der Prophet euch nicht in Islam gebracht? Hat er nicht meinen Mann Ali zum Stellvertreter ernannt? Und jetzt nehmt ihr mir Fadak weg, bringt Koran-Verse. Das heißt, sie war sehr wohl, sauer auf Abu Bakht und Oma. Sahih Bukhari und Muslim schreiben, dass Amir Mu'minin sie heimlich beerdigt hat bei Nacht und niemand dabei war. Das ist ein weiteres Indiz. Wenn die Frau des Propheten, so eine, die First Lady kann man sagen, stirbt, Prinzessin Diana, als sie vor 20 Jahren gestorben ist im Auto, hey, denkt ihr, wurde sie heimlich beerdigt? Nein, eine Riesenzeremonie, sie ist die, wer war es nochmal, die Schwiegertochter von der Queen, ja, irgendwie sowas. Da gab es eine Riesenzeremonie, jetzt stirbt die Tochter des Propheten und sie wird heimlich bei Nacht beerdigt von Imam Ali. Das ist ein Indiz, dass sie niemanden auf der Beerdigung haben wollte. Und in schiitischen Quellen heißt es, Abu Bakr und Oma wollten sie besuchen. Nachdem all diese Szenarien passiert ist, wollten sie besuchen und sind reingekommen und haben Salamu alaikum gesagt. Und Fatima du Zahra hat nicht geantwortet. Sie ist die Tochter des Propheten, sie weiß, was Sache ist. Es ist Pflicht, einem Moslem zu antworten, wenn er sagt, Salamu alaikum. Was heißt das, wenn sie ihm nicht antwortet? Das heißt, ich erachte euch nicht mal als Muslime. Das ist diese Aussage von Fatima. Das heißt, wo waren Abu Bakr und Oma bei der Beerdigung von Fatima zu Zahra? Es gibt keine Überlieferung, die sagt, jawohl, sie waren bei der Beerdigung da. Das heißt, die treuesten Gefährten des Propheten, die Stellvertreter waren weder bei der Beerdigung des Propheten, noch bei der Tochter des Propheten. Das ist für mich nicht Loyalität, meiner Meinung nach. In folgenden sechs Quellen werde ich euch anblenden. Heißt es, Fatima hat Asmar Bente Omaiz, die bei ihr zu Hause war, gebeten, und Ali gebeten, dass diese beiden ihre Totenwaschung durchführen sollen. Das war ihr Wille, ihr letzter Wille, aus sunnitischen Quellen. Die beiden sollen die Waschung für sie durchführen. Und sie sagte, ich möchte, dass niemand auf meiner Beerdigung ist. Ich möchte heimlich beerdigt werden. Jetzt kommt Aisha, nachdem Fatima zu Zahra gestorben ist, klopft an die Tür und sagt, ich möchte rein, ich möchte mit dabei sein. Asmar Bente Omaiz kommt und lässt Aisha nicht rein. Sie wird sauer und sagt, was soll das? Ich bin die Frau des Propheten, du musst mich gefälligst reinlassen. Geht zu Abu Bakr und sagt, Abu Bakr, in dem Fall ihr Vater, die lässt mich nicht rein. Abu Bakr kommt und sagt, was ist los, warum lässt du meine Tochter nicht rein? Und sie sagte, Fatima hat, ihr letzter Wille war es, ich soll, dass niemand reinkommen soll für meine Beerdigung. Niemand soll wissen, wo ich beerdigt werde. Und Abu Bakr sagt zu Asmar, in Ordnung, tu, was dir befohlen wurde. Und Aisha, lass nach Hause gehen. In der sunnitischen Quelle wird die berichtet, dass Fatima gesagt hat, niemand soll auf meine Beerdigung kommen. Und zumal, warum stirbt auf einmal eine 18-jährige junge Frau? Fatima, der sagt, er war 18 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Warum stirbt sie auf einmal? Es gibt viele sunnitische Quellen, wo der Prophet sagt, der Erste, der mir folgt nach meinem Tod, bist du, Fatima. Warum? Die Überlieferungen deuten hin, sie wurde verprügelt. Ihre Rippe war gebrochen, sie wurde zusammengeschlagen. Von Omar, von Rundfuss. Viele sagen, ach, sie ist einfach so gestorben. Aber das macht keinen Sinn. Wenn man das ganze Puzzle zusammensetzt, das ist wie, als hätte ich jetzt einen Tatort, du hast ein Messer, du hast eine Waffe, du hast Fingerabdrücke, all das deutet auf einen Mord hin. Und wenn jetzt der Mörder sagt, ach nee, mein Opfer ist einfach nur, der hat einen Herzinfarkt bekommen, der ist einfach hingefallen. Es ist unglaubwürdig, Leute. Es ist unglaubwürdig. Zu guter Letzt, wie ist es passiert? Disclaimer, ab jetzt ist Shia-Quelle. Amir al-Mu'minin ist gekommen, nachdem Fatima der Sache, der gestorben ist, hat ihren Leichnam gewaschen mit Asmur Bente-Omeis. Und erst da hat Amir al-Mu'minin gesehen, dass ihr Oberarm komplett wund war, dass ihre Rippe gebrochen ist. Und Ali sagte, Asmur, warum hast du nicht gesagt, dass diese Rippe meiner Frau gebrochen ist? Und zwar heftig gebrochen ist. Und sie sagte, Fatima der Sahra hat das heimlich gehalten. Sie wollte nicht es dir sagen und dich kränken und dich traurig machen. Und Amir al-Mu'minin ist zusammengebrochen an dieser Stelle. Der Körper wurde gewaschen und Amir al-Mu'minin hat sie heimlich nachts beerdigt. Und nur einige Leute waren dabei, wie Salman, wie die Söhne Hassan und Hussein. Und er ist dann in die Nähe des Grabes vom Propheten, in dem Friedhof von Bari. Und es heißt, Amir al-Mu'minin hat dutzende Gräber gebuddelt. Nicht nur ein Grab, er hat 20, 30 Gräber ausgebuddelt und wieder zugemacht, damit keiner weiß, wo sie beerdigt ist. Fatima hat gesagt, er wurde beerdigt, heimlich bei Nacht, die Tochter des Propheten, die Fürstin der Gläubigen. Wo der Prophet sagt, sie ist von mir und ich bin von Fatima. Am nächsten Tag sehen die Leute Amir al-Mu'minin mitten in diesen Gräbern sitzen. Mit seinem Schwert gezogen und seinem gelben Turban. Wie gesagt, das ist schiitische Quellen. Amir al-Mu'minin war bekannt, wenn er in den Krieg geht, hatte er seinen gelben Turban auf. Das war sein Turban, wo die Leute wussten, wenn der seinen gelben Turban aufzieht, dann haben wir keine Chance. Er saß da im Schneidersitz mit seinem Schwert und seinem Turban. Abu Bakr und Umar haben gesagt, Moment mal, das ist jetzt ein Problem. Dass wir nicht bei der Tochter, bei der Beerdigung der Tochter sind, das ist politisch für uns ein Problem. Diese Männer wollten jetzt das Grab von Fatima öffnen und sie neu beerdigen. Das macht man ja heutzutage auch. Für eine große Persönlichkeit, der Vater vom Schar von Iran, hat man genau das gemacht. Er wurde beerdigt. Sechs Jahre später hat man sein Grab geöffnet, hat ihn nach Iran gebracht, hat ihn neu beerdigt mit der großen, bekannten Zeremonie. Genau das Gleiche wollten Abu Bakr und Umar. Da wollten sie exhumieren und sie neu beerdigen und eine Zeremonie abhalten, so nach dem Motto, wir sind ja so verbündet mit der Familie. Amir al-Mu'minin, als diese Leute kamen, sagte, er wurde glühend rot und sagte unter Tränen, wenn auch nur einer von euch einen Stein anrührt, bei Allah, ich lasse niemanden von euch am Leben. Wenn auch nur einer von euch einen Stein anrührt, mit der Absicht, meine Frau auszugraben, werde ich niemanden am Leben lassen. Und sie haben Angst bekommen. Sie haben gewusst, jetzt ist die rote Linie überschritten. Und sie haben zurückgekehrt. Und wir wissen bis heute nicht, wo Fatima Tzahra beerdigt ist. Entweder sie ist dort beerdigt, wo jetzt Imam Hassan und vier weitere Imame beerdigt sind, oder sie ist direkt neben dem Propheten beerdigt, oder sie ist in dem Friedhof von, oder sie ist zwischen dem Mimbar, in der Nähe von Mimbar des Propheten beerdigt. Keiner weiß es. Was ist das? Die Tochter des Propheten, ihr liebt sie doch oder etwa nicht? Warum ist ihr Grab unbekannt? Was ist in der Geschichte passiert, dass die Tochter des Propheten heimlich beerdigt wurde? Diese ach so recht zu Recht geleiteten Chalifen waren nicht da und sie ist heimlich beerdigt worden. Recherchiert das bitte. Liefert bitte eine Erklärung, warum sie heimlich beerdigt wurde. Es ist ein anstrengendes Thema, Leute. Es frustriert mich. Es ist für mich so anstrengend, diese Vorträge vorzubereiten, weil es mich zerreißt, dass die Menschen sowas nicht wissen. Und dass viele Schiiten sagen, sag sowas nicht, weil das sorgt für Uneinheit. Wir können nicht die Geschichte verschweigen. Die Geschichte juckt es nicht, wie du dich dabei fühlst. Die Geschichte ist geschrieben. Wir müssen daraus lernen. Wir müssen sie erzählen. Damit wir daraus lernen und solche Dinge niemals passieren. Damit wir wissen, was der Zwiespalt ist. Und dieser Zustand wird leider so lange bleiben, bis Imam Mahdi a.s.w. kommt. Erst wenn Imam Mahdi erscheint, werden wir die Menschheit erfahren, was passiert ist. Dann wird er all diese Ungerechtigkeit, all diese Verschwörungen wird er aufdecken und die Menschen werden ein für alle Mal erkennen, was in der Geschichte schiefgelaufen ist. In Schallah werden wir die nächsten Wochen tiefer in die Materie gehen. Was ist in der Regierung von Abu Bakr und Umar passiert? Wie wurde der dritte Khalif gewählt? Wie ist er überhaupt in die Macht gekommen? Was war Alis Haltung? Und viele, viele weitere Punkte. Da werden wir in den nächsten Wochen inshallah reingehen und versuchen, das Thema besser zu verstehen. Möge Allah uns die Kraft geben, diese Dinge zu verstehen und zu merken und auch anderen weiterzugehen. Möge Allah die Wiederkunft von Imam Zaman beschleunigen, damit all das endet und wir endlich in eine Welt gehen können, die vor 1300 Jahren hätte entstehen müssen, wenn Imam Ali die Regierung bekommen hätte. Denn hätte er damals die Regierung bekommen, hätten wir jetzt schon die Utopie. Hätten wir jetzt schon die Regierung von Imam Zaman. Möge Allah die Wiederkunft von Imam Zaman beschleunigen, damit wir endlich zu dem zurückkehren, was Allah für die Menschheit geplant hat. Und sallallahu ala muhammadin wa alaihi tahirin. Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammadin.